Hallo, ich bin der Timo, ich bin 39 Jahre alt und ich habe Hagensohn. Hallo Timo! Und nochmal, komplett öffnen, Finger zusammen, dreh die Hände, so wenig Banke. Und auf! Wie geht es, ich gebe mich leicht, bitte? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020